So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Das Dorf mit Dominik und... Ich treff dich nicht. Hallo, Crafter, ja, du treff dich nicht. Friede! Oh, ich will meinen Pferd wieder. Hallo! Okay, also, würde ich mal sagen... Woffa! Ja, wir haben ja vorher solche Schilder gelesen mit Zahlen drauf und auch die Lösung... Oder auch auf Maps stehen die Zahlen und sollen wir mal die Zahlen sozusagen der Schalter betätigen, oder? Genau. Ich mach mal meine. Ja, ich mach mal eine. Ich fang von klein an. Eins, zwei... Ich bin fertig. Ich hab noch eine. Ja, ich weiß. Hm. 24... 25 und... Ja! Yay! Hätte auch sein können, dass wir die anderen halt umlegen müssen. Mhm, hätte auch sein können. Also gerade diese nicht, aber... Hat ja klappt, im Glück. Ist ja gut. Dann sind wir schon fertig. Also mit dem Rätsel. Laufen, laufen, laufen. Hey, guck mal, wir sind... Ach, du hast kein Race Mini mehr, okay? Ja. Wieso? Wo sind wir? Nein. Ja, in so. Und es soll Schnee. Achso. Äh, ja, gehen wir mal runter. Ui! Aua. Au. Au. Alter! Das war ein Skelett, ja. Ich hab nur zu welchem Bogen in der Hand. Hier ist ziemlich gut ausgeleuchtet. Ähm, in den Kisten... Ja, das ist ein schöner, schön großer Raum. Was denn? Äh, der Nächteraum. Fire Resistance. Perfekt. Perfekt. Der sieht... Äh, warte mal. Der Raum. Alter! Zum Aus... Ich sag mal so, zum Aushöhlen hat es auch ziemlich lange dauert. Müssen wir hier auch reinlegen? Ich lieg... Äh, zur Absicherung. Mhm. Ich lieg alles rein. Ach, meine Rüschung passt nicht alles rein. Wir können uns bald wieder was kaufen. Äh, was kann ich raus tun? Ich hab Endopeln. Wir können uns auch ans Ende teleportieren. Äh, das wäre eine Möglichkeit. Ähm. Mann! Meine Rüschung will ich nicht wegschmeißen. Hm. Fucken tu ich raus. Eigentlich brauch ich ja meine Rüschung gar nicht mehr. Meine coole grüne Rüschung. Ja, also... Warte, ich brauch einfach Regeneration. Die Boots brauch ich schon, weil die sind... Verzaubert. Guck, aber das andere zeugt sich ja. Den Helm hab ich doch davon auch noch. Den hab ich auch nicht verzaubert. Boah, guck mal, wie kohlig ich aus, ey. Okay, schlaf nur kurz. Oder wenn du halt fertig bist. Boah, kriegst du irgendwie einen Anruf oder so? Nein. Nein. Krass, ich muss gerade rein so... Das ist nervig. Ist so schlimm, oder? Naja. Wahrscheinlich hat man es in der Aufnahme jetzt nicht so... Dieses Beste... Warte, ich muss kurz gucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Du siehst richtig. Ne. Oh, meinst. Gut. Ja, ich hab nämlich schon mal... Alter! Gut. Sieht verlustig aus. Also, Splash Potion of Fire. Wenn wir den beide werfen, dann wird's aber nicht zu 4 Minuten 30, oder? Ich glaub nicht. Ja, toll. Oder sollen wir den erstmal einwerfen? Geh, werf mal du einfach deinen. Warte, natürlich meine in den Kist hier. Oder, ja, dann werfe ich mal. Ach so? Warte, ich hab meine in den Kist hier reingekommen. Okay, dann schmeiß mal. Danke. Ich hab 2 Minuten. Ich 1, 53, aber ich hab ja auch okay. Ich versuch's trotzdem zu schaffen. Gut, ich warte mal, bis du... Eigentlich sollst du vorausspringen. Toll, hier ist ein Gang. Den geh ich... Den geh ich jetzt nicht hoch. Muss man aber. Also... Denk ich mal. Hab ich jetzt versagt? Weiß ich nicht. Boah, gerade hat's kann. Ja, toll. Und jetzt? Ey, was mach ich jetzt? Wo bist du? Ja, in der Lava drin. Schwimm wieder hoch. Ja, wo denn? Weiß nicht. Das machst du wieder so ein Blödsinn. Teleportier dich zu mir. Darfst du machen. Viel schneller. I'm burning. Oh yeah. Ach toll, jetzt mussten wir nur so ein bisschen rumspringen. Das sind Monster. Ja, wir haben noch ein Potion of Fire Resistance in der Kiste. Goldene Apfel. Oh, Alter. Friede! Was seid ihr für welche? Toll, Dominik. Ja, wir verrecken jetzt. 30 Sekunden. Ich hab weniger Zeit jetzt. Ach, man kann ja zurückschwimmen, aber ich glaub... Warte mal. Ich hab noch 20 Sekunden. Scheiße. Wann bekommst du Schaden? Weiß ich nicht. Boah, ich bin tot. Hoppa. Warte, warte. Bitte kurz. Schmeißen wir doch noch einen Faust, noch Fire Resistance. Ich brauch keinen. Die vier sind unfair. Nur durch dieses Scheiße. Nein. Oh, komm. Die zwei Rüstungen ist weg, ha? Ich war ein Block vorm Vorderrettenden. Können die so weit schießen? Boah, was ist das? Hä, wann wurden die eigentlich gespawnt? Keine Ahnung. Das ist voll unfair. Hast du einen Schalter umgelegt? Nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich glaub, das war einfach, als die in der Nähe waren, das war es in der Spawn. Noch. Ach, ja. Äh, wir haben doch einen Bogen. Ja, aber was bringt uns das? Hä, warum bin ich jetzt hier bei Eis? Ach, du warst da hinten. Da hast du dich reportiert? Nein, da hast du das mit dem Eis gemacht. Du bist ja ein Opfer, du wirst von denen abgeschossen. Ich hab einen Spör. Sieht wohl lustig aus, wenn das so. Bist du tot? Ne. Ah, ne, eins mit denen ist tot. Hä? Hast du einen Schalter? Oder einen Knopf? Ne. Ich auch nicht. Da ist so ein golder Block. Ganz genau. I don't know. Boah, ich brenne. Boah, ich brenne. Du brenn? Mhm. Opfer. Ich bin nicht versagt. Hä? Warte mal. Toll. Toll, naja. Ich hab, ich hab kein, ähm, Schalter. Süß. Das ist unverwaltig. Ich leuchte das aus, das ist da hin. Das ist ja scheiße. Komm ich da überhaupt hin? Spackeln. Ja. Was möchtest du auch sagen? Ich komm da gar nicht hin, oder? An die Sparner? Aha. Ich glaube nicht. Scheiße. Ist nicht so gut. Also, ich hab Speed. Ich kann Speed holen. So, Speed. Speedo. Hm. Also, das Jumpen ist jetzt nicht so schwer, aber. Ja, ich bin ja da, aber ich bin fertig. Ja. Warte, ich komm mal kurz zu dir. Na, guck mal hier. Da müssen wir irgendwie so einen Schalter hinlegen, aber ich hab gar keinen. Und ich seh auch nirgendwo. Ne Art, wo wir das. Einher bekommen. Hast du einen im Inventar drin? Fuck ja, bitte. Nö. Ja, aber woher kriegen wir den dann? Aber mach ich nochmal Musik an. Warum hat das keinen Ton? Scheiße, Scheiße, Musik. Verdammt! Was ist? Verdammt! Ich bin so ein Idiot. Äh. Ja, äh, schießen die. Was, wenn ein Pfeil durch Lava geht? Ja, der brennt. Alter. Da ist schon eine Kiste, Marco. Da war, da hab ich vorher rausgenommen. Da war nur... Was war da drin? Ja. Cheaten hoch. Fünf. Marco. Äh, da war ein Äpfel drin. Golden Äpfel, vier Stück. Die ich dann... Die mit mir in den Tod gegangen sind. Ja. Vielleicht müssen wir weiter hoch springen. Ähm. Wie meint weiter hoch? Ich, weiter oben in der Küste. Warte. Wo schießen die denn immer her? Was ist? Ist doch schlimm. Ja, ich weiß nicht. Voll cheating. Meine Leben regenerieren sich nicht. Ja, ich bin... Ich dachte, dass da welche in dem Wasserdenk drin sind, weil... ...da sind nicht umsonst welche. Also Wasser. Ja, hätte ja irgendwie. Also guck ich grad mal bei denen, ob ich da find. Müsste bestimmt irgendwo einer sein. Ach, schwimmst du grad in den Raum? Ich probier's doch mal nicht. Ja, toll. Also hier war irgendwo einer in dem Gang, aber... Ja, toll, guck mal das Skelett da, mein... Ja, ich guck grad, ich guck grad. Also ich hatte davor doch nur einen, der ist dann kaputt gegangen. Ach, Marco. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ist okay. Bei denen sind keine, wie ich denke. Alter, warum... Die sehen mich durch die Lava durch, das ist doch nicht normal. Ja, toll. Da ist nichts. Da oben wär's jetzt eigentlich die eine Möglichkeit, sonst... Da war ich doch schon. Ne, da war ich nicht. Boah, grad hängt's ab... Mega mäßig, Dominik. Äh. Au. Da ist auch nix. Hä? Okay. Müsste da sein. Denn hier seh' ich grad kein... So. Wart mal. Komm grad zu dir. Wasch jetzt schon... Hier. Wasch jetzt schon in allen Wasserdingern drin. Äh, ja. Normalerisch. Toll. Oh, hängt das, hängt das, hängt das, hängt das, hängt das, hängt das. Scheiße. Hm. Schlimm. Ja, ausgerecht. Ja. Toll. Teleportier dich zu mir. Soll nicht. Nö. Toll, du warst ja hinter mir. Ja, weißt du... Jetzt, mach's jetzt. Nein. Ja. Wo waren wir eigentlich hier nochmal? Achso, da. Das war nur schön, dass wir da waren. Sind wir nicht gestorben. Mhm. Tschö. Hm. Also, die Eisberge, siehst du fast nicht. Hä, wo ist denn der Schalterschalter? Verstanden auf der letzten Map, hast du die noch, oder? Die letzte Map? Mhm. Oh. Nicht, dass ich wüsste, aber warte, ich kann ja mal gucken, wenn ich dort wieder bin, weil ich hab's ja nicht dabei, weil ich ja gestorben bin. Spring. Ja. Ah, das bist du. Da ist nichts dran. Also, ich... Also, ich... Ich bin zu den Runden gegangen. Ich hab keine Map, nee. Schade. Ach, Mann. Also, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo der Schalter sein soll. Okay, und die Folge ist auch schon wieder oben. Jo, also, dann suchen wir mal weiter nach dem Schalter. Genau. Gucken wir mal, ob wir's finden. Bis dann. Tschüss. Ciao.